Ausbildung bei der Jagdschule Thüringen. Was erwartet euch? Es erwartet euch eine abwechslungsreiche, vielseitige Ausbildung, aber auch die Rahmenbedingungen denke ich sind sehr gut. Fangen wir mal an, was bekommt ihr ein Ausbildungsmaterial? Hier liegen zwei Hefter, unser Compendium zur Jagdausbildung Band 1 und 2. Es gibt eine Audiotrainer Geschichte, drei CDs, in Frage-Antwort-Spiel, in Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, die man gerne im Auto, bei längeren Autofahrten mal sich anhören kann. Wir haben eine E-Learning-Plattform, wo die Leute Zugriff haben auf eine ganze Reihe von Videos, von Ausbildungsvideos, die wir auch mit der Jägerschmiede produziert haben. Was haben wir vor Ort? Wir haben einen voll klimatisierten Ausbildungsraum mit modernster Videotechnik. Wir haben hinter der Jagdschule einen Kühl- und Zerwirkraum, eine Containerlösung nach modernsten hygienischen Anforderungen, wo wir also in der Lage sind, die Themen Wildkrankheiten, Wildbretthygiene etc. praxisnah darzustellen und abzubilden. Was bieten wir weiterhin? Wir haben zwei Leerreviere hier in unmittelbarer Umgebung, ein Hochwildrevier als Damwildeinstandsgebiet, ein Niederwildrevier, wo wir vorrangig die Beizjagd ausüben auf Kaninchen. Was bieten wir? Im Weiteren, wir bieten einen Schießstand in Eigenregie, der also 20 Autofahrminuten von hier entfernt ist, wo wir in der Lage sind, den Alltag unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit unseren Leuten zu üben, ohne Zeitbegrenzung, ohne Limit. All diese von mir genannten Leistungen und Angebote sind in dem Lehrgangspreis inklusiv, da ist also alles drin, auch die Munition, die Schießausbildung, die Waffen, die Versicherung, alles dabei. Auch nicht limitiert, also nicht so nach der Devise nach 50 Schuss ist Schluss, sondern das Ding geht Open End, weil unsere Intention ist ja, die Leute sollen alle und möglichst alle im ersten Anlauf die Jägerprüfung bestehen. Ihr könnt uns jederzeit per E-Mail oder telefonisch kontaktieren, dann beraten wir euch gerne individuell und dann würden wir uns freuen, wenn wir den einen oder anderen hier zur Ausbildung sehen würden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.